willkommen zurück zuletzt play die sims 4 und zurück bei audio macht den garten er muss hier noch ein ableger nehmen und jeder ganze garten sieht echt schrecklich aus so düngen könnten wir auch noch mal das lassen wir jetzt gerade mal er sprüht jetzt erst mal das gegen käfer ein und dann können wir noch mal ernten oder gibt es gerade noch was zu ernten bewässern können wir hier noch mal also hier gibt es genug zu tun ernte ist gerade nicht angesagt so dann schauen wir uns noch mal an was wir noch schönes grillen können auf unserem mega grill insekten aufweisen und eine deocreme könnt ihr noch mal machen was ist denn mit ihr los das ist aber nicht gut hier einmal bitte füttern scheint es nicht gut zu gehen wie es gerade aussieht ja so wie er hier gerade rumgezappelt hat das sah gar nicht gut aus kind schläft mutter schläft ja aber auch eine anstrengende geburt und so okay einmal bitte verwenden und dann fehlt ihr so ein bisschen der spaß wie machen wir ihnen spaß natürlich in den wir ein spiel spielen so du spielst jetzt hier mal bitte profi turnier sportspaß wie lange willst du eigentlich noch das lied schreiben das dauert ganz schön lange oder das dauert wirklich lange das lied zu schreiben und das dauert gerade echt zu lange weil ihm geht es gerade echt miserabel geht auch mal ich unten auf die toilette aber bitte verwenden und dann duschen Hunger hat er auch schon wieder irgendwie habe ich das gefühl die werte fallen jetzt inzwischen stärker ab als vor dem addon ist es ja nicht dlc game pack dieses so schön denn ihm ist sehr unwohl er muss dringend auf die toilette einmal bitte verwenden schnell schnell nach oben danach darfst du auch gerne hier weitermachen oh gott oh gott was ist denn mit dir los spaß alles ist im eine runde baden hungertechnisch ist bei dir auch gerade echt banane hier forelle müllerin nahe hier ein brathähnchen okay spaß alles ist hier echt gerade im eimer spaß technisch was kann er denn spaß technisch noch anstellen er ist ja eher so der outdoor fan wie wollen wir ihn bespaßen wir bespaßen indem wir hier ein bisschen fernsehen gucken kann er schauen gibt es einen neuen kanal oder so comedy action sport romance tv nachrichten schauen kochkanal comedy kanal äh kind schreit mutti was tust du mutti muss auf toilette hör damit auf ist nichts mit spaß hier ist das geil andrea hat sich um das kind gekümmert wie geil ist denn das die geborene mutter hey das ist ja geil füttern an die brust nehmen reden die kosen und hüpfen dürfen sie auch noch mal und das ist ja das ist echt super dass sie da das finde ich ja richtig geil so aber verwenden bitte die beiden sind hier immer noch richtig gut drauf die mögen sich aber er hat hunger du wolltest du nicht was essen ich kann mich da erinnern dass du hier was essen wolltest öffnen nimm dir doch noch mal ein brathähnchen vor allem musst du bald arbeiten das heißt für mich ich muss dich energie geladen machen deswegen kriegst du noch einmal eine erfrischende dusche ich habe das essen schon wieder abgebrochen was ist wirklich was geht denn hier ab verdammtes essen aussortieren und dann bitte jetzt nimmst du noch mal was zu essen gut breit hier sind wir da steek schnapp ist die ihr gott und catch all the food nicht wahr prehistorischer stein welt platzieren wir können auch mal gucken ach gina ist da gina ok wer hat gerade frei hat nichts zu tun er ist gerade wo man gina doch mal herein bitten kam rein gina hey du setzt dich zu guten audio der ist gerade so ach sie geht jetzt schwimmen jetzt geht andrea schwimmen also das ist jetzt geil so viel und christi sind zu ihrem beste freund worden wie geil hey das ist das ist so knuddelig wie können diese babys so knuddelig sein wie können die sims so knuddelig sein ich bin so ich bin hin und weg von meiner familie jetzt ist ja energie geladen weil er gerade frisch geduscht hat da kommt wieder die creepy oma oder nicht oder doch oder ja okay sie geht erstmal da hoch du solltest dich eigentlich hier unterhalten oder war doch nicht was was tust du ach du liest dein buch äh weißt du mal stehen bleiben wo willst du jetzt eigentlich schnell hin sag mal bleib doch mal stehen ich möchte mich mit dir unterhalten über interessen reden und bleib stehen über büroaffäre tratscht oh ja oh ja nicht da rein jetzt räumt jemand okay jetzt ein kommendes kompliment kommt ihr meine bruder auf das geheimnis ausklautern mehr auswahl freundlich was in die geschichte erzählen jemanden kritisieren was noch ist schachspiel gewinnen wollte beide nicht zusammen eine runde schach spielen kann man her einmal bitte spielen mit china rundenhoff spielt das die alte schacht die alt das alte schacht trio du wieder auf wieder aufgelebt okay wieso ist sie gerade rausgegangen Andrea du warst doch da schon und so können sie auf jeden fall noch mal einen hüfttanz vollführen hier und zuspruch geben alle das laufband im fitnessstudio benutzen okay höhere fitnessfähigkeit er muss auf jeden fall bald arbeiten ist energie geladen das ist gut für den job drei stunden noch das sollte auf jeden fall reichen aber wieso ist sie jetzt zwischendurch nach hause gegangen die gute Andrea die war doch schon hier und so gemeinsam foto machen und mitzugehen beleidigen nein über fitnesstechnik dürfen wir noch mal reden was tust du gerade hör mir sitzt da und tut nichts schlafen muss er auf jeden fall aber bitte schlafen was macht chrissy gerade chrissy steht da und tut nichts okay bitte einmal reparieren und hier rein stampfen definitiv danach auswischen kaputt gemacht kaputt gemacht so dann wird hier nochmal gefüttert das können wir wegräumen die ganze Wohnung sieht aus wie Sau so ein Teil für Sanitäranlagen haben wir erhalten reingeschnappt sind wir einmal die Teile plündern so hier wird jetzt gerade auf höchstem Niveau alles kritisiert was so los ist so bei Spielturnieren mitmachen Profiturnier Sportspaß habe ich jetzt hier geplündert jawohl dann bitte einmal wegwerfen und auffischen was ist passiert in einer stunde muss der gute audio bei der arbeit sein so lange kann er sich noch mit seiner freundin unterhalten die ich endlich mal erwachsen war muss jetzt leider nicht geschafft über Hidratisierung reden von Gitarren Solos schwärmen mehr Auswahl Gruppenaktivitäten komm guckt doch mal gemeinsam in die Wolken so ansonsten ist eigentlich ganz gut drauf wird hoffentlich heute erledigt oh tagesaufgabe trainieren nicht erledigt nein das kriege ich jetzt auch nicht mehr hin so schnell ach merda so wo legt ihr euch jetzt hin zum in die Sterne gucken keine ahnung wahrscheinlich hinten irgendwo in Rasen ach ne da wird sich hingelegt ok ja alles super tagesaufgabe ist nicht erledigt deshalb werde ich jetzt auch nicht befördert werden das ist echt blöd so wie sieht es bei dir aus du bist gerade noch frei äh die beiden Blöckchen Super tagesaufgabe Blablablablablablabla so unfreundlich oder naja was können wir jetzt mit dir noch anstellen er hat die tagesaufgabe erfüllt was machen wir denn jetzt noch ach spaß ist bei ihm grad ein bisschen im Eimer dann wollt ihr nicht hier zusammen Schach spielen spielen mit Gina war da nicht was dass ihr zusammen Schach spielen wolltet ich erinnere mich ich hatte euch das gesagt Tja, und was seht? Ich seh ein Schwererling. Ich seh ein Bärchen. Du siehst grad Herbie? Ich seh einen Hasen, ich seh ein Flugzeug. Ja, kein Wunder, am Himmel fliegen Flugzeuge und so. Dacht, ne? Also, irgendwie schon. Also, das ist irgendwie... So, jetzt... Oh, ich seh einen Drachen! Drachen Sam, leicht gemacht, toller Film. Wolltet ihr beiden nicht Chuck spielen? Ich erinnere mich da. Jetzt hör auf, mit Gina zu plaudern und spielt Schach. Hier, Schach spielen mit Gina Wondenhoff. Was ist daran so schwer? Also, sag mal. So, dem Kind geht's gut. Das Kind schläft. Telefon? Oh, äh... Telefon? Ne, ne? Komm. Genug mit in die Wolken geguckt. Es geht jetzt zur Arbeit für dich, mein junger, kleiner Mann. Das gute Maskottchen. Wer bist du denn? Wer bist du? Ach, die Eliza. Hey Eliza, tut mir leid, aber Herbie schläft gerade. Dementsprechend kann sie gerade nicht zugekommen. Auch wenn das gut wäre, denn er hat ja so, ne? Ihr wisst ja... Er ist sozial und er hat nicht so ganz gut drauf und so. Christi könnte ja mit ihm reden, aber die ist gerade da beim Spielturnier. Und die beiden spielen hier eine Spitzenparty Schach. Hier geht's richtig rund mit dem Schach. Da wird hier richtig gerüttelt. Wieso steht das Essen hier auf dem Boden? Das ist auch nicht so richtig. So. Kind schläft, Audio spielt. Die gute Andrea guckt sich hier eine Gerichtssendung an oder eine Entertainment Show. Ich weiß es nicht so genau. Die sollte ich mal echt zum Erwachsenen machen. Hm. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal kurz. Wir gehen hier mal kurz rüber. Ich mache das einfach in der Aufnahme. Ist ja nicht so schlimm. Ich speichere hier mal kurz, dann gehen wir zurück auf die wunderbare... Wie will ich das sagen? Also wir gehen rüber. Einmal bitte zurück zum Hauptmenü. Jawoll, zurück zum Hauptmenü bitte. Danke. Dann seht ihr auch mal so meine Welt, was ich so habe. Und dann werden wir die Andrea jetzt mal erwachsen machen. Nicht wahr? Damit der gute Audio auch vernünftig mit dir weiter spielen kann. Spielen? Da soll ich mit dir spielen. Das ist eine ernsthafte Beziehung. Da ist nichts mit Spielen. Das ist ganz ganz wichtig. So, hier sind wir schon. Wir gehen auf Spielen. Lalalala. Lalalala. So, wo hatte ich den noch mal untergebracht? Das war glaube ich hier in Oasis Springs. Dieses Haus hier. Nasturia, die Kiesgrube. Jawoll. Spielen. Wir spielen natürlich Andrea Nasturia. Ich weiß gerade nicht, ob die genug Geld haben für die ganzen Sachen hier. Doch, Moment. Sie kann natürlich auch hier einen Kuchen backen. Das geht natürlich auch. Dass sie bei Familie Andrea einen Kuchen backen. Wenn ich denn hier einen Kuchen backen kann. Und da dann die Kersten drauf packt und dann da erwachsen wird. Das ist, backen sich halt selbst Kuchen. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob das bei einer fremden Familie geht. Das wird jetzt ausprobiert. Ne? Probieren wir einfach mal aus. So. So. Was könnte ich euch noch erzählen? Spank aus meinem Leben. Hm. Lass mich mal überlegen. Ich sehe hier gerade ein Foto von mir im letzten Urlaub. War ein Wanderurlaub. So. Äh. Da bin ich gewesen. Ah. Im Allgäu. War richtig schön. War richtig schön da. Ehrlich gesagt Allgäu. Wunderbar. Du bist in vernünftiger Höhe. Das war richtig, richtig cool. So. Andrea. Wo bist du denn gerade? Ah. Du sitzt oben an Audios PC und zockst da. So. Play. Ach. Das ist ja jetzt immer eine etwas andere Geschichte hier. Das war aber irgendwie vorher anders. Da kann ich mich nicht erinnern. Als erstes wollen wir ihn mal kurz füttern. So. Dann gehen wir runter. Äh. Ich habe einen Brieffreundschaftsporn gefunden. Mal abwarten, ob jemand meldet. Okay. Äh. Wir wollen kochen. Einmal Schokokuchen bitte. Ja. Ich hatte noch 30 Dollar. Das ist ja nicht ganz so viel, das ich hier noch habe. Und ich hoffe jetzt, dass der Kuchen vollständig funktioniert. Dann wollen wir sie nicht mal erwachsen machen. Ich weiß echt nicht, ob das funktionieren wird. Aber egal. So. Wie alt ist sie eigentlich gerade? Achso. In zwei Tagen wird sie sowieso erwachsen. Egal. Ich überspringe. Ich probiere das jetzt so. Ansonsten wird sie automatisch erwachsen. Das ist jetzt auch wirklich ganz so wichtig. So. Und dann würde ich sie nämlich gerne hier bei mir einziehen lassen. Denn das mit Audio und ihr, das ist eindeutig eine ernsthafte Geschichte. Da muss auch Hochzeit gefeiert werden. Also die beiden, die kennen sich jetzt schon fast ihr ganzes Leben eigentlich. Die haben sich als Kind kennengelernt. Und äh. Ach. Kochfächer geworben. Ja. Ich habe diese Familie wirklich nie gespielt. Ich habe sie damals erstellt. Das war als ähm. Ah. Da hatte ich die erste Folge von Sims 4 Familie Andrina aufgenommen. Ich habe gemerkt, ey Junge, du kommst mit dem Baumodus so gar nicht klar. Das war so, war so vollkommen komisch. Ich bin echt nicht klar gekommen mit dem Baumodus. Ja. Und dann habe ich, äh, das Ganze umgebaut. Damit ich, äh. Oh Andreas Nasturia muss in einer Stunde bald arbeiten. Er hat eine Arbeit? Okay. Ich kam halt nicht klar mit dem Baumodus. Und dann bin ich hingegangen. Hab mir, äh, die andere Familie macht. Die Familie Nasturia. Ja. Und hab da dann was gemacht. So. Einmal bitte Geburtstaskerzen hinzufügen. Schwupp. Und dann heißt es, Kerzen auspusten. Dann wollen wir dich mal. Und pust. Nochmal vernünftig. Komm noch mal. Pust. Jippie. Schwupp. Andrea ist erwachsen. Jetzt sehe ich auch endlich mal, was die hier für Fähigkeit hat. Ah. Belohnung merkt man mir. Sie ist kreativ. Das ist sehr gut. Sie ist materialistisch. Wegen Besitztümer und so. Und was können wir jetzt nochmal? Ordentlich wäre eine richtig schöne Sache. Fröhlich wäre echt geil. Ich glaube, ich mache aus ihren ordentlichen Sim. Mit Putzwaren und so. Düster auf jeden Fall. Keinen Fall. Ich habe noch keine Idee. Mag keine Kinder. Wäre das Schlimmste für mich. Ich bin ja echt Kinderfreund. Wie man schon sieht, wie ich mich überfreue. Wenn ich hier Musik lieb habe, wäre cool. Perfektionistin wäre cool. Na, ich mache sie ordentlich. Komm mal her. Ordentlich. Super. Go. Jetzt haben wir hier eine junge Erwachsene stehen. Andrea Nasturia. Perfekto. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, wir speichern hier mal kurz. Gehen wieder zurück auf Familie Andrena. Ja, das ist jetzt zweifacher Wechsel innerhalb der Folge. Ist ein bisschen blöd. Ähm. Wir gehen zurück zum Hauptmenü. Zurück zum Hauptmenü. Zurück zum Hauptmenü. Und dann können wir weiter mit Familie Andrena spielen. Und dann ist sie endlich. Dann können wir endlich wieder flirten mit ihr. Flirty, flirty. Ich tanze hier gerade auf meinem Stuhl rum. Irgendwie. Das. Ich hatte vor dem. Vor dem Gamepack so ein bisschen das Problem. Ich wusste nicht mehr, was ich bei Sims 4 anfangen wollte. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich nicht die folgende Anzahl reduziere. Und, ähm. Ja, nicht das Spiel verlassen. Nein. Oh mein Gott.